Warum schneidet Jude Bellingham Löcher in seine Socken? Und er ist nicht der Einzige. Immer mehr Spieler machen es. Liegt es daran, dass die Adidas Socken zu eng sind bei Madrid? Nein, denn Bellingham machte das Ganze bereits in Dortmund, wo Puma der Ausrüster war. Und das gleiche macht er bei der Nationalelf, die von Nike gesponsert wird. Madrids Fitnesstrainer sagte, dass er nicht glaube, dass dadurch Verletzungen verhindert werden können. Also was ist der Grund? Bellingham hat das Gefühl, dass dadurch weniger Druck auf seine Wadenmuskulatur ist. Und nachdem im Profisport kleine Dinge den Unterschied ausmachen können, blieb er seiner Linie treu, ohne Schein zu wirken. Und daher sieht man immer mehr Spieler, die ihm nachahmen.